Hey Leute, seid herzlich willkommen zum nächsten Part, Alan Wake. So sieht die beiden Parts, sind da schön hochgeladen. Okay, 30 Minuten. War aber auch ein Kampf, die hochzuladen. Weil die da einfach... Äh... Warte mal, was war denn hier nochmal? Hm? Muss ich überhaupt lang? Ja... Achso, ist der Zaun. Natürlich, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Irgendwas mit den Parts war da. Ja. Ja, mach mal eine. Geil. Ja, die beiden Parts sind da jetzt gestern nochmal abgeloadet worden. Gab's auch ein paar Probleme. Moment, sorry. Äh, damit ich hier jetzt erstmal in Ruhe erzählen kann. Also, letzten Parts sollte eigentlich ein bisschen früher auf Wert pro Clan sein. Nur als ich den zweiten Part auf die Warteschleife gesetzt habe, ging die Zeit auf über 400 Minuten. Sind, warte mal 4. Irgendwas mit 5, 6 Stunden, keine Ahnung. Also, falls muss ich da komplett abbrechen. Und nochmal ein Neubuch laden. Und ab da waren es noch 70 Stunden. Äh, was rede ich da? 70 Minuten. Ich kann mir diese Scheßtasten nie richtig merken. Mit den RB, LB und wie die da heißen. Also, keine Ahnung. Irgendwie kann ich das einfach nicht merken. Ich hab noch keine Munition. Ich hab gar... Wieso hab ich keine Pistole? Och, nö. Sag nicht, ich hab die... Das wird jetzt richtig shit. Ne, ich lass mich mal kurz töten. Ich glaube, ich hab da irgendwas verpasst. Oder? Oder? Und so sollen wir hier einfach keine Pistole abfinden. Nö. Irgendwie noch nicht. Na gut. Keine Ahnung, wie wir das hier jetzt machen sollen. Ich würde aber einfach nur diese Blendgranate werfen. Aha. So kann man die auch besiegen. Aus. Natürlich kannst du nicht mehr. Oh, Ellen. Stell dich noch nicht so an. Butz. Weg, Warni. Ah. Okay. Und hier ist ein weiteres Telefon. Du bist auf KBF FM mit Pat Main. Es ist Milt Peabody, Pat. Was ist auf deinem Kopf, Milt? Well, ich live neben dem Trailer Park, Pat. Und da ist ein großer Ruckus. Da geht es da. Das ist einfach auf der Straße von mir, auch. Was ist passiert? Du wissen? Ich weiß nicht. Aber da sind ein paar Polizisten. Da sind viele Siren. Drei. Da sind die Schmerz. Drei. Und da sind die Schmerz. Und da sind die Schmerz. Drei. 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 Party? Ja, ich werde sicherlich die Station einen Telefon geben, Milt. Okay. Du hörst es hier, sobald ich von ihnen höre. Okay, danke. Was? Direkt mal noch eine. So. Rose wird vom Dunkeln gerührt. Sie verbringte eine Bottle von sleeping pills in den Kaffee. Deep down inside, sie war in Terror. Okay. Gut. Gehen wir mal weiter. Und ich komme wieder Gegner. Na, wo sind die? Da sind sie. Boah. Und... Bam! Weg sind die. So einfach geht's. Und er kann wieder mal nicht verlaufen. Da gibt's einen Schatz. Eine Kiste. Da gibt's einen Schatz. Okay. Ich halte diese Zeichnung verloren. E aus. Kann man die eigentlich auch so töten? Das würde mich jetzt ehrlich gesagt interessieren. Was sind diese Scheißbemalungen wieder hin? Aus. Hier ist blind. Von hier bin ich jetzt gekommen. Ach ne. Wo kommt die? Da. Okay, ich hab's verloren. Ach egal. Lauf ich einfach mal weiter. Auf mich zu bewerfen. So. Geblendet. Da ist was. Ja. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Ja. Auf mich zu bewerfen. Da. Ja. Hm. Dein? Ne. Dein. Dein. Ah. Ich glaub's ja nicht. Weißt du was? Hier. Friss das einfach. Ich riecht mich doch auch schon auf. So. Öffnen. Um welche Sachen bekommen. Und Kontrollpunkt. Polizei. Das war knapp. Nope. 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 Und bam. Weg sind sie. Schönheit. Ausgetrickst. Okay. Ui. Da ist was. Granaten. Ja. 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 Ach nö. Sauber. Ich geh mal schnell. Okay. Da hinten ist was. Ne Lichtung. Radiosender. Ja. Radiosender. Ich geh mal einfach. Natürlich. Direkt davor. Sonst. Buh. Ganz. Ne. Und vielleicht nicht aus. Weicht doch aus. Oh. Aufheller hat gesagt nicht ausweichen. und schnell Leben auffallen ich weiß nicht, wieso ich die so feiere ich weiß nicht, dass sie sich ausführen aber mein granddaddy war in 1911 vielen Dank für diese kompassionale Sicht, Lorna hier ist ein bisschen eine Überraschung der famous Writer, Alan Wake, kam in, Leute ich werde ihn sehen, ob ich ihn in eine Interview komm in, Mr. Wake ich bin sehr glücklich, dass du die Zeit hast, Mr. Wake keine Ahnung, Jane Brown du gehst von mir weg! keine Ahnung! warte, 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 warte warte, 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 warte warte, warte, warte cool deine Jets, Nightingale wir haben sie schoen schoen warte, warte, warte warte, warte, warte warte, warte warte, warte warte, warte warte, warte 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 Er hat sich umgekehrt, begann zu gehen, aber Main hat seinen Arm genommen. Ein junger Mann, du hast mich fast geschossen. Du hast keine Räume an Menschen wie das. Was ist mit dir passiert? Nightingale schoss seinen Arm frei. Er fuhr aus. Seine Züge verbringten mit Rage und Humiliation. Chance zu erzählen Main, wo ich gehe. Ich hätte die Töte verloren und meinen eigenen Weg nach der Mine finden. Ja, dieser Nightgale hat irgendwas gegen uns. Nur habe ich keine Ahnung mehr was. Was da los war. Nein, verpasst euch. Oh, yes. Ich will das jetzt mein letzter. Einschalten. Das wäre das Licht. Oh nein, endlich wieder eine Waffe. Jetzt fängt das Geballer wieder an. Oh, da lang. Nicht werfen. So, doch nur noch 5 Schuss. Oh. ich hab ja ernst auf 13... nee warte mal wieviel war das jetzt? zumindest hab ich zuviel munition verbraucht haben wir 13 munition... ja doch munition ja ne ist klar ha ha so jetzt haben wir mal die shotgun endlich machen triff muss gelernt sein noch nö oh jetzt geht das nicht jetzt aus darkness controls the... was? taken muss ich wieder einschalten so, komm an gut was bringt das jetzt hier? wenn der scheiß dreck geht gut einfach eine dosen ja, warte hat er ihn? oder irgendwas noch? auf all von mission sehr gut thermos gut da leuchtet irgendwas So was. Hat gerne nur das Minuskript. Was ist diesmal? Sarah misstraut Nightingale. And most importantly, why did she let Wade go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he said. Hello? This is the most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible. But that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow. But she had called me. Okay. And so far. Alice. Wakefield von einem Besessenen angegriffen. The wind wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in mid-air, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way. But just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Okay. I don't know if it's going to be careful. I see a railway bridge ahead. And a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Like I said, I haven't played that yet. So I don't know what's happening here. So what's happening here in this manuscript stand. I don't know how bad it will be. So bad, I think. I don't know. I can't take it anymore. I'll find it. Oh, yeah. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, wir kriegen dich. Euch alle. Nope. So einfach nicht. Weißt du was. Ich nehme einfach die Munde wieder. Und heilend kann es schon wieder nicht laufen. Ja. Gut. Dann gehen wir mal über die Brücke. geht's hier hoch hier geht's hoch ernsthaft so jetzt so ein umweg nehmen ich idiot von der kombi doch ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt da müssen wir lang hallo fangen wir mal ich kann mich noch schwach erinnern die Stelle war zumindest übel scheiße wenn ich es noch richtig habe was wollen jetzt gegenstände hey nicht hoch was greifen jetzt gegenstern oh ach kann man nicht hoch okay ich bin gleich tot ja bin tot das ist der grund fliegende gegenstände die man nicht ausweichen kann okay eine blendgranate haben wir benutzen wir mal gleich ja roh wir wissen doch dass du gerne abfällst sooo ne einfach mal werfen denn es ist schattlich sehr geil warum warum och komm ok mein versuch noch ja klettert doch noch langsamer klettert doch noch langsamer ok sobald wir da sind haben wir einen fackel rein dann vielleicht nochmal einen blendgranate hinterher noch eine ja ja nicht viel gebracht shit da jetzt muss ich aber gleich ey ruhig ruhig ach man kommt da gar nicht mehr so richtig weg ok ne 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 ok schnell 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 durch schnell durch schnell durch Ohohoho! Näääääää! Oh Monoskript! Weg und dunkel in der... ...dosenlose. Ich hatte keine Sympathie, keine Gefühle, nicht für ihn. Ich habe ein Moment, um die Schreie zu retten. Ich habe ein Schreie auf meinem Gesicht gesehen. Das war alles, was ich für Zeit hatte. Der Schmuck war in der Lodge mit mir. Okay. Als Teenager habe ich angefangen zu schreiben. Stephen King hat mich eine Art von Inspiration für mich. Ich habe mir gedacht, über alle die Inanimate Objekte, die in seinen Büchern kommen. Niemand ist sicher in einer guten Horror-Storie. Natürlich nicht der Protagonist. Das macht sie lustig. Das war alles, aber. Die Schmuck könnte alles haben. Und es war etwas näher. Ich würde mich für ein Feedback sehr freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. wenn es heißt, let's play Hell & Wake. Haut rein Leute!